Hallo zusammen! Tillich! Ist ausgeschieden drüben im Streckenabschnitt 1. Lüben im Strecken Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Michael Humacher Hat die Führung übernommen Untertitelung des ZDF, 2020 Michael Humacher Wir sind jetzt Fünfter, direkt vor dir Du bist jetzt Sechster Das ist die letzte Runde, nicht anhalten Ergenehm Hat sich an die Spitze vorgearbeitet Das ist die letzte Runde, nicht an die Spitze vorgearbeitet Das ist die letzte Runde, nicht an die Spitze vorgearbeitet Mika Hakkinen Hat das Hennen gewonnen Gut gemacht, du bist zweiter So, das Rennen ist vorbei Sehen wir uns So, das ist die letzte Runde, nicht an die Spitze vorgearbeitet So, das ist die letzte Runde, nicht an die Spitze vorgearbeitet